Ahoi, ich bin Stefanie Henkel und ich kandidiere für uns Piratinnen für den Stadtrat im Wahlkreis 10, also Friedrichstadt, Löpptau, Cotter und im Stadtbezirksbeirat auch für Cotter in meinem Viertel. Und ja, meine Themen sind vor allen Dingen Klima, Gleichberechtigung und Antifaschismus und Digitalisierung. Und all das sind auch Themen, die richtig groß in Dresden sind. Gehen wir mal allein jetzt hier in Friedrichstadt und Löpptau, was die Stadtentwicklung geht. Wir wollen ja keinen Hypermarkt, sondern eine Stadt der kurzen Wege. Oder die Energieversorgerin Sachsenenergie muss endlich bis 2035 klimaneutral werden und nicht bis irgendwann 2045. Oder ja, Antifaschismus, klares Thema in Dresden, jeden Montag auf die Straße oder Gleichberechtigung durch die Gleichberechtigungssatzung. Ja, und Digitalisierung, wo fange ich an? So viele Themen. Wir brauchen endlich Maschinen-Näs-Bahn-Haushalt. Wir brauchen eine ordentliche Transparenz-Satzung, dass die Leute auch ordentlich digital sehen können, was passiert. Wir müssen Behördengänge von zu Hause machen, die Schulen müssen ordentlich digitalisiert werden. So viele Themen. Ja, und die Themen kriegt ihr mit uns Piraterinnen. Deshalb am 9.6. Piraten wählen, am 9.6. mich wählen. Am 9. Juni Piraten wählen.